Guten Morgen, der Magazin am Fall von einem Herz-Kreislauf-Stillstand muss sehr reagiert gehen. Das ist für, dass es an einem Flieger geschieht. Für das Menschlichkeit besteht, die betroffenen Personen zu retten, braucht fachmännisch ein Telefon. Für ein kurzes wird sich dieses dramatische Szenario auf einem Vakance-Volum vom Findel in Ägypten aufgespielt. Elektrischerweise konnte ein Passagier hier direkt helfen. Wie läuft so eine Aktion an der Luft auf? An welcher geschieht, wenn um Luxemburger Flughafene Flieger mit einem medizinischen Notfall landen muss? Die Antworten, die geht nicht so gleich. Zum Thema, wir haben dann die Überschriften vom Journal her noch, um zu Beginn mit dem Inferno zu London, Frank. Effektiv dramatisch wird so geschieht, dass Monika an einem Höchsthaus am Westen der britischen Hauptstadt jede noventäre Wahlprogramm für die Gemeindewelle präsentiert, Monika. Ok, Frank, dann Rendezvous um halve acht. Lekommen wir aber nach, ja, mal bei TopThema kommen, zu dem Event-Highlight. Für gestern, Maywe, 4000 Kanserern. Oh, wow. Ja, ein Kanser mit ganz strengen Sicherheitskontrollen, die man nicht filmen durfte. Denn es wollte ihnen eben auf Nummer sicher gehen. Ja, und ob alle Notfall vorbereitet sind, das ist auch das Sujet von unserem TopThema-Magazin von Haut. Gerade hier, wo die ganze Saison mit dem Nore kalt, an Deutschland geht es ja immer gerne mit dem Flieger. Was geschieht dann aber, wann während dem Wohle medizinischer Notfall passiert? Wie geht an der Situation reagiert? Aber wer greift an, für zu helfen? So Fall kommen nämlich immer, wie zum Beispiel für kurzem, abhängen Wolf von Lützebüch an Ägypten. Den Felix Winandi, Matten-Detailer. Liebe Regenskrutin, Pascal Didier, Zwittikien von der Fluchtgesellschaft geschenkt, als Merci für seinen Ersatz. Die nächste Vakanz kann also kommen. An mir kommen Lobel, hoffentlich weiterhin Sumerlich wird abprävisieren.